Musik Gestern besuchten wir Glokanik, wo Kinder wohnen, die aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren Eltern leben können. Diese Kinder und ihre Tanten haben nicht so viel Geld und deshalb können sie sich keine Grundsachen leisten. Und darum wollen wir ihnen mal Utensilien schenken, damit sie einen bunteren Sommer haben. Wir helfen den Kindern aus Glokanik zum bunteren Sommer. Wir helfen den Kindern aus Glokanik zum bunteren Sommer. Wir helfen den Kindern aus Glokanik zum bunteren Sommer. Wir helfen den Kindern aus Glokanik, damit sie ein unterschiedliches Laufen sind. Wir helfen die Kinder aus Glokanik zum bunteren Sommer. Untertitelung des ZDF, 2020